Hallo Filmfraggots und schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Filmradio. Ich habe noch ein bisschen Keks im Mund, vielleicht schmatze ich deshalb ein bisschen mehr. Auf jeden Fall kommt jetzt meine Einleitung. Also die Park Chan-Wook-Rache-Triologie ist ja vielen von euch vor allem durch Oldboy ein Begriff. Doch es gehören überraschenderweise für eine Trilogie auch noch zwei weitere Filme dazu. Einen davon, Lady Vengeance, habe ich schon reviewt. Der zweite folgt jetzt Sympathy for Mr. Vengeance. Das Filmradio mit Dante In dem südkoreanischen Thriller aus dem Jahr 2002 ist der Taubstumme Rio auf der Suche nach einer Niere für seine kranke Schwester. Er kommt da mit einer Orangenhändlergruppe in Kontakt, die ihn übers Ohr zieht. Er braucht infolgedessen Geld und da kommen Rio und seine Freundin auf eine folgenschwere Idee. Es gibt hier kaum Kamerafahrten oder Schwenks. Das hat dann oft zur Folge, dass ein Dialogpartner nicht komplett im Bild ist. Dadurch wirkt alles noch ein wenig ruhiger und irgendwie auch trostloser. Dann gibt es quasi keinen Soundtrack, wodurch die Story anfangs echt zäh ist und man als Zuschauer echt so eine richtig trockene Grausamkeit um die Ohren geklatscht bekommt. Ein wirklich ganz schwer zu verdauender Film. Das liegt auch an den Charakteren, da ich selbst zu Mr. Vengeance keine große Beziehung aufbauen konnte. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber ich glaube Park Chan-wook will schon Emotionen beim Zuschauer wecken, die dann aber sofort wieder eiskalt zerstören. Die Gewalt im Film, die kommt ungefähr so, als wenn du gegen eine Glasscheibe läufst, die so doll geputzt ist, dass du sie nicht siehst. Also es kommt schonungslos und oft total unerwartet voll auf die Zwölf. Die Bildsprache ist natürlich top, das kann der Koreaner einfach, aber negativ, wie gesagt, finde ich den schweren Zugang zum Film und die Charaktere, die zwar total unterschiedlich sind, aber keinen richtigen Zugang für mich hatten. Deswegen ist der Film wirklich nicht leicht zu schauen gewesen. Sympathy for Mr. Vengeance dauert 121 Minuten und ist auf IMDb mit 7,7 bewertet. Ich gehe ein wenig tiefer und vergebe 74 Punkte. Wie hat euch der Film gefallen und welcher Teil der Rache-Trilogie gefällt euch am besten? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Naja, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder und bis dahin sage ich...